Wir feiern 10 Jahre Pöld TV und hier kommt Ihr Jubiläumsangebot des Tages. Ja, Sie haben genau richtig eingeschaltet zu unserem Jubiläumsangebot des Tages. Wir feiern 10 Jahre Pöld TV und das mit Ihnen. Und heute haben wir ein ganz besonderes Produkt für einen ganz besonderen Preis. Und unser Ralf erklärt uns mal, um was es geht. Ja, und die Nachfrage ist schon riesengroß. Denken Sie bitte daran, dieses Angebot gilt nur heute maximal bis 24 Uhr. Und es geht um diesen wunderschönen Kugelschreiber, der auch sehr schönes Schriftbild hat und also wirklich außergewöhnlich ist. Aber das richtig Außergewöhnliche, das sieht man gar nicht. Und zwar nicht auf den ersten, nicht auf den zweiten, nicht auf den dritten Blick, wenn man es nicht weiß. Denn hier in diesem Haltebügel ist oben eine Full-HD-Kamera integriert. Und das heißt, hier oben drauf gedrückt, vorher noch eine Micro-SD-Karte eingelegt und schon haben Sie die Möglichkeit, Bilder oder Fotos oder Videos in Full-HD-Qualität aufzunehmen und bei Videos natürlich mit Ton. Wow. Ich sage jetzt mal, unvoreingenommene Videos zu filmen. Ich spreche jetzt nur mal von einem Familienfest und wenn da der Onkel mit der Kamera durchläuft oder der Papa. Jeder macht Grimassen, jeder winkt oder sonst was. Man bekommt einfach gestellte Bilder. Ja, weil Sie kennen die Reaktion von Menschen auf Kameras. Ich glaube, da ist jeder gleich. Aber hier, die stecken Sie in Ihre Hemdtasche, schalten Sie an und laufen durch und werden plötzlich ganz andere Aufnahmen bekommen. Ja, hier haben wir eine kleine Konferenz. Das ist übrigens auch was. Mal Mitschnitte machen bei Konferenzen oder auch bei Vorlesungen für Studenten. Ja, dass man nicht erschrickt, wenn das Wort klausurrelevant kommt und Angst hat, dass man was vergessen hat. Oder natürlich auch mal, und das ist auch was ganz Interessantes, wenn du zum Beispiel mal schauen willst, was passiert eigentlich an deinem Schreibtisch, also in deinem persönlichen Umfeld, wenn du mit der Mittagspause bist, dann stellst du diesen Kugelschreiber in den Stifterhalter, schaltest ihn ein und dem entgeht nichts. Die Handhabung unglaublich einfach, das zeige ich Ihnen einfach mal. Kugelschreiber, klar, die Mine ist vorne drin und jetzt drehen wir den einfach mal auf. Und das ist auch das, was Sie zu Hause machen müssen beim ersten Mal und Sie sehen, das ist ein ganz normales Gewinde. Hier ist der Kugelschreiber und die Mine drin, aber das hier ist das Wichtige. Einmal oben ein Micro-USB-Anschluss, das ist um den Akku wieder aufzuladen, wie gesagt, 40 Minuten Akkulage zu halten und der kleine Schlitz. Da kommt die Micro-SD-Karte, also das Speichermodul rein. So, und dann ist es fertig. Dann schraube ich ihn wieder zu und jetzt habe ich meine, ja, unglaublich unauffällige Videokamera. Natürlich, eins ist selbstverständlich und das machen Sie auch. Sie beachten die Persönlichkeitsrechte der zu filmenden Personen, aber ich denke, das machen alle unsere Pearl TV Zuschauer. Aber jetzt nochmal, eine solche Kamera, ein solches Agenten-Gadget zu diesem Preis habe ich vorher noch nie gesehen. Ich auch nicht und wir schauen einmal zu pearl.de, dort sind wir bei 40 Euro. Aber heute bei uns, unser Jubiläumsangebot des Tages für 29,99 Euro. Bestellen Sie sich unseren Kugelschreiber mit Videokamera mit der NX4486 und der 569. Und wir haben noch ein weiteres Produkt für Sie. Richtig, ich habe gerade eben den Slot gezeigt, wo eine Micro-SD-Karte reinkommt. Und da haben wir natürlich auch noch eine für Sie im Angebot, die auch Class 10 ist. Das heißt, die kann Full-HD-Videos auch von der Schreib- und Lesegeschwindigkeit her verarbeiten. Und bei dem Geld, was Sie jetzt gespart haben, die auf jeden Fall noch mit dazu bestellen. Und dann sind Sie bestens ausgestattet als kleiner Geheimagent und werden fantastische, unvoreingenommene, ungestellte Videos machen. Und ich sage Ihnen auch noch einmal die Bestellnummer für die Mikrospeicherkarte mit 32 GB. Das ist die PX9965 und die 569. Und das können Sie auch gerne zusammen bestellen. Das passt sehr gut in unseren Kugelschreiber. Und dann können Sie einfach mal eine Familienfeier aufnehmen oder auch Ihre Pause, wenn Sie auf der Arbeit sind und Pause machen, dann haben Sie alles auf Video und dann können Sie mal gespannt sein, was Sie da so entdecken. Wir wünschen Ihnen ganz viel Spaß damit.